hallo ich weiß auch nicht warum ich ständig diesen blog nach unten setzte wieder ist das dauer das da kommt das spiel nicht hinterher sie das immer ab bestimmten reihe ich weiß nicht warum ich das irgendwie kriegt das nie hin so wie schon seit ewigkeiten dass ich minecraft spiele habe ich immer wenn ich das am rechner liegt ich habe keine ahnung da muss die ganzen popel abmachen das ist immer nervig aber wenigstens können wir das haus bauen das wird immer zeit ja ist er immer ich habe hier das nicht boah sag mal also gar nicht das reicht jetzt geht es wieder hallo noch stück jetzt so muss ich immer bei dem obersten strich bleiben der hier meine ich den wo das kreuz drauf ist so jetzt haben wir hier mal guck mal wie viel wir schon wir brauchen unbedingt noch fenster freunde sieht ich gut aus das wird noch schön das habe ich euch so boah sag mal alles verbaut was alles verbaut können wir ja schon mal hier kommt dann holz und wir können schon mal könnte man neues holz organisieren aber so probiert juckt 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 jukt jetzt ist doch schön was ich hier mache weiß ich auch nicht das ist irgendwie das ist irgendwie nicht ganz am besten wäre wenn du hier holz eingibst dass das dann gleich kommt geht so was überhaupt Boah, wäre da richtig geil, wenn das gehen würde Da brauch ich den mal nicht mal suchen, weißt du Du kannst es einfach eingeben Geht das überhaupt? Hm Dann könntest du nämlich hier alles voller Kisten machen Und du bräuchstest auch das Lager nicht sortieren Weil der PC dann weiß, wo was ist Gibt es einfach Holz ein Das Holz ist alle Wir haben kein Holz mehr da Okay, jetzt haben wir Was ist alles jetzt? Äh, lol Ja, das ist Ich könnte auch schon mal Kohle hier einordnen Baut nochmal alles Klammer rein Kohle hier haben wir auch schon Massehinweise Ah, ist egal, ist alles Geh mal kurz Achso, ich bin ja rausgegangen Weil zum Neustart Okay Game & Watch 1 Oh, Tannenbaum Oh, Tannenbaum Ist es bald Weihnachten, mein Haus? Oh, was kauft ihr das so schönste Weihnachten? Ähm, hier war Kohle Kohle, dann machen wir nochmal Holz, Kohle dazu So, wir wollten eigentlich das Lager noch optimieren Aber, ja Habe ich noch dafür noch keine Zeit gehabt Das mache ich dann nebenbei So Äh, hallo Dann machen wir das so So, wir brauchen noch Holz Ich habe doch Obwohl ich so viel Holz gesammelt habe Reicht's nicht Mehr haben wir nicht an Holz? Okay Okay Wieso habe ich nicht mehr Holz? Es wächst aber langsam jetzt hier Komm, beeil dich Dauert aber lange hier Ich habe kein Holz mehr da Das ist aber echt kacke jetzt Das ist zu wenig Holz Komm, es wird schon dunkel Mach hin Hier drüben Kleiner mal weg Ich kann mal Kleiner mal Pflanzen Vielleicht sind die auch zu nah Man kann sein, dass es zu nah ist Alter Leck mich doch an Oh, Alter Boah Du bist paranoid, Alter Ähm Hat Minecraft gerade eine Macke, weil Warum ist es immer noch hell? Ganz komisch Ja Ja Hat er sich eine Waffe geschnappt, der Meister Kann er mal schön abessen Vielleicht ist das hier auch zu nah Ich werde wahrscheinlich eine Reihe abreißen hier Wie werden wir abreißen? Ich brauche echt noch Ob ich irgendwie Schuler essen Ich habe ja genug Gibt es jetzt Keulen Alter Wie viel frisst denn der Keulen, Alter Alter Frisst der wie bekloppt Ich weiß nicht, ob wir welche gesporen sind Aber ich durfte Dürfte nicht der Fall sein Dürfte nicht der Fall sein Na komm, die nehme ich Hör mal Hm Mhm Mhm Genau Das kommt auch da hin Dann machen Alter Ist nicht dein Ernst, Alter Dieses scheiß Vieh ist da Halt Ganz schlecht Das ist ein Drecksvieh Der hat mich gesehen, Alter Der 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 kommt Alter Der kommt nicht jetzt hierher, oder? Der nimmt mein Haus auseinander Das sag ich euch Der ist übelst stark Die muss ich sofort platt machen Wo ist dieses Ich habe es gewusst, Alter Komm her, du Russe, Alter 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 Scheiße Wann ist das Vieh stark gewesen? Der hat schon übelst geschossen auf mich Also Ein Glück, dass der nichts getroffen hat Wenn der einmal getroffenes Haus hätte Dann wäre es hier aus Dann wäre hier Dann wäre das ganze Haus in Flammen, Alter Das brennt zunder Dürfen die nichts hier drauf Oben drauf nicht spawnen Habe ich noch eine Flacke? No Ja Was? Wie? Wo? Wer ist hier? Weiß ich nicht Hier darf Nichts Spawnen Sonst kriege ich hier Richtige Probleme So Die kann ich auch schon mal in der Fackel dran machen Für alle Fälle So Es kann nicht sein Ich spreche mal Vom Teufel Dann sind die Shooter da Und jetzt mache ich hier Eins, zwei, drei Vier, fünf Fünf Ich richte mich da nach dem Dreier Das wird dann der Das wird der Hauptgang Äh Ja Das Können wir uns mal lassen Da kommt jetzt hier Oh Es sind schon drei nach oben Dann kommt Jetzt können wir drücken Genauso machen So Hier werden die nämlich dann hochgezogen Die Säulen Kann ich hier schon mal zubauen So Jetzt habe ich nicht genug Holz So Ich habe da letztens so viel geerntet Ist das alles schon da alle Scheint So Ich finde es ja strange So Jetzt können wir hier schon mal eine Fackel setzen Ich habe da letztens so viel geerntet